Hallo, Servus und Grüß Gott. Mein Name ist Christian Schlegel, es ist Mittwoch, der 4. März, wir haben 14.40 Uhr und hier geht es um das Gold. Das liebe Gold am Golde hängt, zum Golde drängt doch alles. Vor euch liegt der Wochenchart, eine Kerze, eine Woche. Bitte mal nicht auf diese Linie achten, die verschiebt sich, wenn ich das gleich wieder auf den Tag mache. Ich lege schief im Gold. Ich war der Meinung, dass wir hier auf Wochensicht, ich werde es auch gleich wieder am Tag sagen, dass wir in so eine seitwärtsbewegung kommen. Mir hat diese Bewegung hier nicht gefallen. Ich war der Meinung, dass wir wenigstens bis Ende März drei Monate lang seitwärts gehen. Das hat der Kollege mir nicht getan. Bleiben wir mal ganz kurz bei der Woche. Von hier ist es eine ganz seltene Kombination. Hier eine fette weiße Kerze, eine noch fettere, eigentlich ein Big Black Bozu, so heißt das Ding, um mich vorangegangen. Dann sind wir schon wieder hier hoch. Ganz, ganz schwierig. Die Bänder gehen auf, allerdings nicht dramatisch, also nicht so dramatisch wie das hier zum Beispiel. Das tun sie nicht. Von daher ist es hier, es ist leicht positiv, zumal wenn wir in der Zehn-Wochen-Linie mal ein bisschen rum schnüffeln. Die Stochastik auf Wochensicht ist leicht negativ. Das MACD nicht zu gebrauchen, völlig neutral. Gucken wir mal auf den Tag und schauen wir mal, ob wir da irgendwie was Besseres finden, weil die Woche bringt mich nicht weiter. So, hier ist die Geschichte, warum ich sagte, ich glaube, dass wir von dieser Kerze an, weil ich der Minor Service Mitte, Ende März, seitwärts gehen. Den Gefallen hat er freut mir nicht getan. Um Mitte Februar ist er aus dieser von mir vermuteten Seitwärtsverwegung hier rausgegangen. Und ordentlich hoch. Das war seinerzeit nach nichts Corona-mäßiges. Das war, er ist einfach ausgebrochen. Er hat dieses letzte Interims hoch überboten. Er ist ausgebrochen. Das habe ich aufgrund der technischen Indikatoren, ich mache mal hier das Faden kurz raus, aufgrund der technischen Indikatoren, hier so nicht gesehen. Ich war der Meinung, wir gehen seitwärts. Egal wie, ich habe mich getäuscht, muss ich so stehen, muss ich mit leben. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir sind halt hoch. Ich habe gesucht und gesucht. Das ist kein Shootingstar, weil dafür ist unten die Lunte zu lang. Ich weiß nicht, was es ist. Aber auch das ist so eine Kerze, die mir persönlich nicht allzu viel Spaß macht. Fast 1700, dann schließt du wieder hier unten. Wir reden hier vom Tag. Vom MACD her auch hier ziemlich neutral. Ganz, ganz, ganz leicht positiv. Aber wir drehen schon wieder hier über die Stochastik nach oben. Das heißt, auch wenn diese Bewegung hier, die wieder reinging in diese Seitwärtsphase, eher nicht berechtigt ist, die hat ihre Berechtigung gefunden. Jetzt sind wir natürlich gestern am Dienstag hier ordentlich nach oben gegangen. Das war der Moment des Zinsentscheids, der Fett. Und da sprang der Freunde wieder an. Ich gebe es Ihnen ganz ehrlich zu, ich habe keine Meinung. Und das muss man auch zugeben. Ich könnte Ihnen jetzt hier fünf Gründe sagen, warum er steigt. Fünf Gründe, warum er fällt. Ich habe keine Meinung. Wie gesagt, und das muss man auch mal zugeben, ich habe oft genug einen und ich mache genügend Filme. Ich glaube, das ist jetzt der 600. Film hier, den ich auf YouTube mache, aber davon manchmal vielleicht drei oder vier ohne Meinung. Ich habe keine. Ich halte mich hier völlig raus. Gold interessiert mich hier momentan nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann sagen, dass dieser Bereich hier knapp unter der 1550, da sind wir so bei 1535, ist ein wichtiger Support. Da möchte es doch bitte nicht runterfallen. Nach oben gibt es diesen Widerstand kurz vor der 1700, aber ich kann hier keine Richtung, keine 51 zu 49 erkennen. Ich gebe Ihnen trotzdem wahrscheinlich mit, für diejenigen, die es erkennen können. Und ich wünsche Ihnen wahnsinnig viel Spaß damit. Das eine ist ein 1563er K.O. Call von Goldman Sachs und limitiert. 1563 sind wir etwa hier drunter unter dem letzten echten Verlaufstief. Und das ist, Brille auf, GB8X28. GB8X28. Ein 1563er K.O. Call. Gucken wir mal nach dem Putt. Den Putt muss ich nehmen, oberhalb von dieser letzten Kerze hier. Da gehe ich an die 1700 ran. Und der kommt mir mit dem Jebel 20 auch gerade recht. Das ist ebenfalls ein Open-End-Schein. Und das ist die GB9SNS von Goldman. 1726. Ich finde die Aktien meistens leichter als im Moment das Gold. Ich mache hier nichts. Ich wünsche euch trotzdem ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.